Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, den 5.07. um Viertel vor 6 morgens. Aktueller Bitcoin-Kurs 34.400, ein Minus von 2,6%. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes, entspanntes Wochenende und habt die Sonne ein wenig genossen und nicht die ganze Zeit auf die Charts geguckt. Dennoch gehen wir kurz auf das Wochenende ein und was ich euch vor dem Wochenende gesagt habe, was ich sehe, dass wir hier in einem Kanal gewesen sind. Dass wir hier eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation haben, also eine Inverse-Schulter-Kopf-Schulter mit einer Lackenlinie ungefähr bei 34.8, 34.7. Das ist auch soweit ganz gut, sag ich mal, ausgespielt. Wir haben es dann nicht ganz geschafft bis zum Ziel, denn das wäre auf 36.9 ungefähr, 36.5 gewesen. Wir sind allerdings hochgekommen bis zur 36.000, wo wir dann doch schon das ein oder andere Mal gescheitert sind, wie wir hier und hier gesehen haben und fallen gerade. So, wohin wird die Reise gehen? Das weiß ich selber noch nicht genau. Wir sehen aber hier, dass wir auf dem 4-Stunden-Chart diese Nackenlinie der Inverse-Schulter-Kopf-Schulter-Formation nach unten hin aktuell genommen haben und weiter fallen. Das ist jetzt erstmal noch gar nicht so schlimm, denn wir können uns immer noch weiter nach oben hin arbeiten. Ich sehe hier jetzt aktuell noch nicht so die Probleme, würde jetzt allerdings auch nicht ins fallende Messer greifen, sondern wir kaufen nicht auf dem Weg nach unten, sondern auf dem Weg nach oben. Auf dem 2-Stunden-Chart kann man das alles ein bisschen besser sehen. Ich habe wirklich gedacht, als wir diese diagonale Linie nach oben hingenommen haben und dann sogar auch mit einer 2-Stunden-Kerze bestätigt haben, dass wir es doch tatsächlich noch bis zur 36.5 schaffen. Das ist uns leider nicht gelungen. Diese Linie kommt von hier oben. Ich gehe dafür auf den Daily-Chart. Die hat hier einen Auflagepunkt, hier und hat jetzt hier einen erneuten Auflagepunkt, hier, wo wir nach oben hin ausgebrochen sind, aber den ganzen Weg wieder runtergekommen sind und jetzt wieder komplett reinfallen. Diese Linie ist für mich erst nach oben hin durchbrochen, sobald wir ein Daily-Close über dieser Linie haben, denn wir sehen auf dem 2-Stunden-Chart, dass wir hier doch schon einige Kerzen darüber haben, aber diese Marke nicht halten konnten. Wie geht es jetzt weiter? Gute Frage. Nächste Frage. Ich sehe hier erstmal, dass wir durch diagonalen Support hier ungefähr durchgerauscht sind und jetzt auf dem Weg nach unten sind. Ich habe euch auch hier jetzt schon eine Linie eingezeichnet. Auf dem 30-Minuten-Chart kann man diese besser sehen. So, die haben wir jetzt, die habe ich euch hier eingezeichnet, den wir jetzt zwar nach oben hin verlassen, aber jedes Mal, wenn wir so einen kleinen Absturz haben, das sind ja jetzt auch immerhin schon knapp 5%, wenn wir so einen Absturz haben oder einen heftigeren Absturz, dann gibt es nach einer so steilen Linie immer eine Art Bodenbildung, die mit einer weiteren absteigenden Linie begrenzt werden kann. Ich kann euch das gerne mal an anderen Abstürzen zeigen, auf dem 1-Stunden-Chart sieht man das besser. Und zwar haben wir hier, sage ich mal, eine sehr steile Linie, die wir dann, die wir dann nach oben hin durchbrochen haben und dann wieder runtergekommen sind, um diese erneut anzutesten. Das heißt, wir haben hier den Breakout nicht genommen, sondern sehen, dass auch hier wieder eine Begrenzung ist, die wir hier, hier und dann hier angelaufen haben, bevor wir runtergekommen sind. Deswegen kaufen wir nicht auf dem ersten Weg nach oben, wenn wir eine steile Linie brechen, sondern erst, wenn wir dann noch einen weiteren Follow haben. Hier sehen wir nämlich folgendes, wir haben diese steile absteigende Linie, haben diese nach oben hin durchbrochen und sind auf eine weitere, sage ich mal, Resistance getroffen, die mehrere Auflagepunkte hat. Das wäre hier von oben, hier, hier, hier und hier und befinden uns weiter auf dem Weg nach unten. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir hier die horizontale Linie bei 34, 1, 34.000 ungefähr noch erreichen. Vielleicht machen wir aber auch hier jetzt gerade schon Stopp und haben durch dieses Herumgeeier hier einen kleinen horizontalen Support und machen jetzt hier Stopp und gehen dann über diesen leichten Widerstand und auf dem Weg dann zur 34,7, wo wir dann wieder die horizontale Begrenzung sehen. Ich habe jetzt keine Trades offen, ich nehme jetzt gerade auch keine Trades, sondern gucke mir das Ganze jetzt erstmal an. Wenn ich einen nehmen würde, würde das ganz einfach bedeuten, dass diese 8 Stunden Kerze sich wieder nach oben abarbeitet und wir einen Daily Close über dieser diagonalen Linie hier kriegen, das heißt ungefähr bei 35,2, denn dann sehe ich auch, dass wir ein erneutes Higher Low gebildet haben, das heißt ganz einfach nach dem Low, dem Higher Low, dem Higher Low, jetzt hier vielleicht ebenfalls ein Higher Low und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir nach oben hin ausbrechen. Wenn ich diese Linie hier jetzt mal andersrum ansetzen würde und einfach sagen würde, ich nehme ungefähr den gleichen Winkel, könnte ich auch sagen, dass wir uns hier in einer Art symmetrischen Dreieck befinden, wobei die Höhe von 2 dann abgearbeitet werden muss an den Ausbruchpunkt. Das wäre doch sehr weit oben, also lasse ich das auch erstmal, sondern gucke mir das Ganze erstmal von der Seitenlinie an. Einstiegspunkte sehe ich, wie gesagt, jetzt gerade nicht, es sei denn, wir kommen hier auf diesen Auflagepunkt unserer, ich sage jetzt mal, mittlerweile fast Fake-Out-Linie, das nämlich hier als Resistance, hier, hier und hier gedient hat, wo wir dann nach oben hin ausgebrochen sind, und wieder gescheitert sind, der erste Fake-Out, wo wir dann die 30.29.000 gesehen haben, dann haben wir ihn hier nochmal angelaufen, hier sind wir wieder nach oben ausgebrochen, haben wieder ein Fake-Out gekriegt und haben die 32.000 ungefähr gesehen. Jetzt sind wir erneut über diese Linie herausgekommen und befinden uns jetzt gerade auf dem Weg wieder hier zu dieser Linie, die ungefähr bei 33.8 verläuft. Falls wir diese erreichen und halten mit einer 4-Stunden-Kerze und vielleicht noch hier über der 34.2 schließen, finde ich, sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in den nächsten Stunden hier wieder über diese diagonalen Linie bei 34.000 ungefähr, dass wir darüber wieder kommen und dann vielleicht sogar ein Daily-Clo sehen, was sehr, sehr positiv wäre. Negativ würde es für mich auf jeden Fall sein, wenn wir jetzt hier mit diesem aktuellen kleinen, ich sage jetzt dazu kein Crash, sondern eher eine Konsolidierung, wenn wir jetzt hier noch weiter runterkommen und vielleicht ein Tagesschluss. Ein Tagesschluss wäre ganz schlecht unter dieser diagonalen Linie hier bei ungefähr 33.000, 33.1. Wenn wir darunter einen Tagesschluss sehen, dann werden die 30.000 auf jeden Fall auch wiederkommen, solange wir gleich eindrehen und vielleicht einen Tagesschluss sehen, über der 34.8, gerne 35.000, denke ich, dass wir weiter nach oben ziehen, erstmal zur 36.5. Das heißt ganz einfach, im Moment habe ich keine Trades, nehme ich keine Trades, solange wir hier kein Daily-Close über der 35 sehen oder ein Daily-Close unter, sage ich mal, dieser diagonalen Linie, die ungefähr bei 33.4 verläuft. Das würde ich auch so definitiv unterschreiben. Das war ein relativ kurzes Update, aber es gibt auch nicht besonders viel zu sagen. Abgesehen davon wollte ich vielleicht gleich nochmal eine kleine Chartanalyse zu Silber und Gold geben. Wenn ihr da Interesse daran habt, guckt gerne da vorbei. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über ein Like und dass ihr vielleicht einen Kommentar für den Algorithmus da lasst und wir sehen uns dann gleich im Ethereum und Litecoin Update.